das hier ist natürlich auch wo antip bekannt für ist für die austern und muscheln ganz viele verschiedene muscheln oder austern die kommen auch hier direkt hier so vor ort werden die gezüchtet hier der arme hummer na ja hier seht ihr dann könnt ihr die direkt hier offen machen lassen dann gibt es hier so ein tischchen da kann man die direkt essen und hier sind die preise dann nochmal also gibt es eine also ein frühstück vom mühl also vom mühl heißt es immer für sechs also sechs aus dann größe 3 und lassen ein für 15 euro das ist schon sehr schön hier so